Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Fever hier bei Heisenberg zockt und unser Aquazug macht sich auf seine neueste Reise. Ja, um den geht es in dieser Folge auch noch. Wir haben hier noch ein bisschen was zu korrigieren. Ich nehme den gleich mal ins Fenster und hier unten haben wir Parkplätze. Guck mal, jetzt das ist ein bisschen eben Kraut und Rüben. Da kam der Tipp in den Kommentaren mit einer Strasse die Fläche zu pläten bevor man das baut. Das ist tatsächlich eine gute Idee, dass ich da nicht selber darauf gekommen bin. Ich habe mir immer gedacht, jetzt hier einen Bahnhof zu nehmen und eine Million zu zahlen und nachher passt es dann eh nicht. Das ist mir zu aufwendig. Aber mit einer Strasse geht das natürlich kinderleicht. Also für unseren nächsten Parkplatz sind wir gerüstet. Sozusagen. Gut, jetzt zu diesen Zügen. Eigentlich habe ich mal gesagt, wir machen Korrekturfolgen. Wenn irgendwas ist mit Zügen. Aber jetzt hier ist gleich bei allen drei irgendwas. Deswegen nehmen wir die alle drei gleich mal raus. Mal gucken, ob wir sie finden. So, sozusagen manuell. Ja, da ist der Autozug. Denn zu dem gab es auch was. Ähm, was die Kommentare einfach einmal mehr gezeigt haben, ist, dass es die immer wieder verschiedene Meinungen gibt. Das ist auch ganz richtig so und ganz klar. Jetzt zum Beispiel zu diesem Autozug hiess es einerseits, ähm, hier gehören Personenwagen hinten ran. Damit die Leute auch irgendwo sitzen können, die hier in den Autos drin sitzen. Dann gab es aber einen Kommentar, dass das gar nicht unbedingt so sein muss. Sondern, dass teilweise die Leute in den Fahrzeugen, also den Autos selber drin sitzen. Ja, ja was denn nun? Eben, einmal so, einmal so. Das ist wahrscheinlich, ich weiss nicht, regional oder vielleicht sogar länderspezifisch verschieden wahrscheinlich. Deswegen die verschiedenen Ansichten. Jetzt, was wir hier ändern. Ich würde sagen, wir fangen mal beim Kollege Agfa an. Ähm, da bräuchten wir aber ein Depot. Wo bist du denn genau? Ich glaube hier oben. Ja, haben wir hier hinten ein Depot? Nein. Ähm, dann machen wir mal hier unten eins hin. Da muss ich aber Pause machen, damit der Zug das sozusagen auch schnallt. Ähm, und zwar machen wir das Depot hier mal nach der Brücke, würde ich sagen. Das können wir auch stehen lassen. Denn auf der Seite haben wir keinen Zugverkehr mehr. Zumindest nicht so, wie es aussieht. Machen wir auch mal. Ah, Moment. Machen wir das Ganze so. Auch mit Hochgeschwindigkeit. Muss ja nicht sein. Aber, haben wir jetzt hier Strom? Sonst kommt der hier nicht rauf. Nein, haben wir nicht. So, jetzt haben wir. Also, nochmal. Hochgeschwindigkeit mit Oberleitung. So, der darf ja auch einen gewissen Weg haben. Der kommt hier aber nicht vorbei. Sehe ich das richtig? Da ist doch tatsächlich unser Stress in dem Weg. Das ist jetzt wieder ganz doof. Dann müssen wir hier hinten raus. Geht auch nicht. Okay, noch ein bisschen weiter vorn. Hier geht's. Gut. Machen wir das wieder weg hier. So, einmal durchziehen. Und schon haben sie ihre Schienen wieder zurück. Und jetzt gucken wir mal, was machen wir denn hier Schönes? Wir könnten das Depot hier schön eigentlich Richtung Strasse ziehen. So zum Beispiel. Und dann machen wir hier gar nichts grosses, also gar nichts wahnsinnig grosses zumindest. Ich würde mal sagen, das lange würde, das lange Depot würde hier hin passen. Da muss ich es aber anders bauen. Ja, aber lasst uns das doch mal. Wobei. Ja, jetzt irgendwie. Nee, hier hinten geht es nicht wirklich. Das ist alles zu hoch. Und da möchte ich, dass die Stadt wächst. Machen wir es tatsächlich hier. Bauen wir es aber geringfügig anders. Damit wir auch Platz haben natürlich. Da macht die Strasse so einen Bogen, wenn wir das Ganze, ich würde mal sagen, erstmal ein bisschen hier runterziehen. Das darf ja durchaus auch ein bisschen krumm sein, das Ganze. Das könnte eng werden. Ich versuche das mal, aber wahrscheinlich geht das nicht. Doch, das geht. Okay, Depot gekauft. Wow. Hm, kann man jetzt darüber streiten. Passt das hier hin? Einerseits wegen dem See, nein. Andererseits finde ich es doch relativ nett hier, so neben der Strasse. Das hat doch irgendwie was. Wir können das natürlich auch noch mit ein paar Schienen zusätzlich versehen hier. Der Optik zuliebe. Oder wir können noch ein zweites daneben stellen. Dann haben wir hier so einen richtigen, richtigen, äh, Depot Vorhof. Ja, machen wir es später. Wir lassen das mal so stehen. Sonst sind wir jetzt die ganze Folge damit beschäftigt, hier das Depot einzurichten. Nein, ich möchte die Züge wechseln. Und dann da hinten mal noch gucken wegen Stau. Und dann mal noch gucken wegen Güterlinie. Und ja. Ai, 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 was sonst noch nicht alles. Dann in den Kommentaren wurde noch gefragt, ob ich nicht sämtliche Bahnübergänge mit den Verkehrsschildern bemannen kann. Sozusagen haben wir hier gerade einen. Ja, hier unten zum Beispiel. Kann ich natürlich. Ja, aber ich weiss nicht, wie spannend das ist, sich das mit anzusehen. Ich würde sagen, wir machen das nach und nach. Sobald wir mal einen Bahnübergang sehen. Also jetzt nicht. Aber künftig können wir da natürlich auch Schilder hinstellen. Ich könnte sowieso mal eigentlich eine Folge machen, die ich nicht aufnehme. Bei der ich nichts anderes mache, wie die Städte mal ein bisschen mit Strassenschildern auszurüsten. Könnte ich mir mal überlegen, ob ich die Zeit dafür habe. Und das in den Angriff nehmen. Was mir hier jetzt noch fehlt, ist ihr Ahntes. Ein Depo. Dann nehmen wir mal ganz ein altes. Ein normales sozusagen. Ähm, jetzt muss ich hier wieder zumachen. Ich muss wieder aufpassen hier wegen meinem Atomzug. Der Platzhalter spielt, um die Linien schneller aufrufen zu können. Und jetzt wollen wir hier mal die Züge zurück haben. Äh, den Aqua-Zug hatten wir. Du sollst ins Depo. Ach, wer machen die alle? Das Problem ist, ich möchte die jetzt hier nicht einfach so planlos ins Depo schicken. Äh, wenn ich nicht weiss, wo sie genau sind. Weil ich weiss nicht, ob die sich nicht doch wieder verfahren. Kommen wir hier vielleicht um die Kurve rum? Nein. Nein, das ist zu eng. Das wäre ja noch eine Möglichkeit gewesen. Dass wir hier dem Zug die Möglichkeit geben, dass er von hier aus kommt. Und auch, äh, ins Depo kann. Kann er aber nicht. Okay, da kommt unser Aqua-Zug. Und der Aqua-Zug bei dem, ich nenne den jetzt einfach immer mal Aqua-Zug. Bei dem möchte ich die Lokomotive ändern. Denn es wurde in den Kommentaren gesagt. Äh, Moment. Hm, 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 hm. Ähm, ähm, ähm. Wo habe ich das denn? Irgendwo hatte ich das. Hm. Ne, habe ich doch nicht. Wintersberg, ja, okay. Ja, gut. Aber es war eine Elektro-Lokomotive. Also elektrisch. Und zwar die mit dem SBB-Logo. Die viel, viel besser zu diesen Wagen passt. Und da muss ich sagen, das stimmt definitiv. Jetzt gucken wir mal. Die müsste ja relativ einfach zu finden sein. Das müsste eine Lok sein. Mit halt eben. Ja, du bist drin. Mit grossem SBB-Logo. Ich weiss jetzt, wobei ich gesagt habe, nicht mal ist das eine elektrische Lok. Oder ist es, ja müsste es. Es ist glaube ich auch eine RE. Was war das? Eine RE 460? Genau. Äh, Cargo. Das ist eine 482. Wo haben wir denn die? Eine SBB-Lok. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal wirklich sicher, ob wir die haben. Doch. Da ist sie doch. Genau die möchte ich haben. Gut. Sehr schön. Machen wir mal schnell Pause. Ähm. Du gehst mal runter. Wirst vertickt. Und du kommst hier dazu. Na. Nein. Oh. Puh. Ja. Das war wieder. Okay. Und jetzt hier. Könnten wir eigentlich. Ich muss mal gucken, ob ich das aufgeschrieben habe. Äh. Irgendwo hatte ich das mit. Da genau. Die Reihenfolge. Sorry, wenn ich hier immer ein bisschen abgelenkt bin. Die Reihenfolge dieser Wagen. Wir nehmen die mal runter. Ich denke, das ist jetzt nicht so. Das wäre nicht so wichtig. Aber ich möchte das jetzt trotzdem mal so haben. Sieht man das hier, was das ist? Nein, sieht man nicht. Das ist aber ein bisschen. Ein bisschen doof. Okay. Verkaufen wir nochmal. Passagierwagen. Die finden wir. Die können nicht allzu weit weg sein. Wir sind hier aber schon wieder zu unterst. Interessanterweise. Hm. Interessant, wo das anfängt. Ah. Hier haben wir sie ja. Also das war zuerst. Lok. Dann Gepäckwagen. Gepäckwagen haben wir ja irgendwo. Bistro. Hier haben wir den Gepäckwagen. Okay. Dann kam. Erste Klasse. Erste Klasse. Dann kam. Äh. Restaurant. Das wäre das Bistro. Okay. Äh. Zweite Klasse Wagen. Steuerwagen. Zweite Klasse Wagen haben wir hier oben. Ne. Doch nicht. Doch nicht. Hier. Zweite Klasse Wagen. Und Steuerwagen. Ähm. So. So. Jetzt müsste das doch eigentlich soweit stimmen. Gut. Können wir der Linie zuweisen. Hier lassen wir mal. Ne. Hier machen wir zu. Wir müssen erst die anderen Züge finden. Das wäre. Äh. Äh. Tokyo. Edelack. Friedenweiler. Genau. Okay. Du kannst zurückfahren. Na. Wir lassen mal laufen. Dann hätten wir den. Weg. Wir gucken mal ganz schnell. Das passt einfach besser zu diesem Zug. Das stimmt schon. Definitiv. Ja. Genau. So kenne ich den. Ja. Der fährt. Mhm. Immer wenn ich Brötchen hole sehe ich den. Weil ich an der Schranke warten muss. Cool. Ja. Jetzt haben wir den. Okay. Danke für diesen Hinweis. Das gefällt mir so viel besser wie mit der Aqualock. Ja. Jetzt hätten wir den nächsten Patienten. Wir gucken mal. Wo sind die denn? Ach. Das kann ich eigentlich so gucken. Das ist einfacher. Irgendwo im Tunnel drin. Aha. Hier vorn eigentlich. Ähm. Ach hey. Der hat ja noch Ewigkeiten. Hm. Sollen wir jetzt hier nochmal ein Depot bauen? Wir bauen hier nochmal ein Depot. Für den Zug. Hier ist sowieso. Ah. Da muss ich aber aufpassen. Wir sind hier in Friedenweiler. Hier wollte ich noch den Güterbahnhof hinstellen. Da kann ich jetzt nicht einfach irgendwo. ein Depot hinstellen. Kann ich natürlich schon. Möchte ich aber nicht. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier vorne. Irgendwo hin. Habe gerade gesagt. Nicht irgendwo hinstellen. Aber ich stelle es jetzt doch hier hin. Denn es geht mir nicht um die Optik von diesem Depot. Sondern es geht mir schlicht und einfach darum. Dass der Zug möglichst schnell hier rein kann. Damit wir das abschliessen können. Äh. Warst du das? Ja. Okay. Wir lassen laufen. Und du gehst, wenn ich es erwische, hier ins Depot. Haben wir da Strom? Ja. Schwein gehabt. Hat eh was. Irgendwie genauso. Nach dem Bahnübergang. Das ist gar nicht unnett. So. Und was hier nicht stimmt. Ist eben. Das sind zwei verschiedene Züge. Was die Wagen angeht. Das möchte ich noch korrigieren. Da hiess es auch einerseits. Das ist doch cool so. Das entspricht der Realität. Und andererseits hiess es. Das ist so richtig hässlich. Und deswegen. Äh. Ja. Mir gefällt es halt auch nicht so wirklich. Ich würde sagen. Wir gucken jetzt mal. Welches. Die schnellsten. Wagen waren. Ich merke gerade. Das würde tatsächlich doch schon bald reichen. für eine extra Korrekturfolge. Wenn man sowas macht. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Aber. Geht nicht mehr ewig. Wir haben es gleich. Sobald ich die roten Doppelstockwagen. Gefunden habe. Die müssten irgendwo. Hier unten sein. Oh. Schon rüber gecrasht. Nein. Gut. Also was nehmen wir. Welche sind schneller. 160. 140. Okay. Dann nehmen wir die hier. Die DB Regio. Double Dekor. Würde ich sagen. Was macht die Lok. Das weiss ich jetzt nicht auswendig. Ähm. Okay. Wir nehmen. Die haben wir gesagt. Das heisst. Der Wagen kommt weg. Der kommt weg. Und hinten. Ist das die richtige Lok. Nein. Das wäre auch die falsche. Hier stimmt. Dann nehmen wir nochmal so einen Wagen dazu. Nochmal so einen. So einen. Da ebenfalls. Und jetzt müsste er nicht wieder passen. Linie zuweisen. Jetzt kannst du natürlich nicht in die richtige Richtung. Das haben wir nicht so gut gelöst hier. Würde ich meinen. Äh. Wir müssten dir. Ja. Mach mal zu. Entweder geben wir dir hier eine Weiche. Oder wir bauen nochmal kurz in die andere Richtung. Wenn das geht. Wenn das nicht zu eng ist. Ja. Das ist definitiv viel zu eng. Okay. Dann kriegst du hier eine kurzzeitige Weiche. Die wir dir dann aber natürlich wieder wegnehmen. Linie zuweisen. Das war Regio Idillac Friedenweiler. So. Und dann hätten wir den nämlich auch. Der kümmt jetzt hier raus. Wenn alles klappt. Ja. Machen wir zu. Und dann hätten wir hier nur noch einen Zug. Den wir korrigieren müssen. Den Autozug. Der kriegt halt noch ein, zwei Passagierwagen. Dazu. Auch wenn es eben geheissen hat. Nein. Die fahren teilweise tatsächlich auch. Einfach in den Autos mit. Aber guck mal. So können wir wenigstens in Ruhe noch ein bisschen schön den Zügen zugucken. Ja. Das sieht schon besser aus. Denke ich auch. Der ist ordentlich lang. Der Zug. Keiniges bisschen. Aber er passt hier natürlich perfekt hin. Gut. Jetzt werde ich hier trotzdem die Weiche wieder wegnehmen. Ich weiss. Ihr mögt Weichen. Ich auch. Das Problem ist einfach. Die Weichen. Die schlagen halt wirklich auch auf die Performance. Also je mehr Weichen man hat. Und je mehr Oberleitungen. Desto schlimmer wird das. Mit zunehmendem Spiel. Was die Performance angeht. Das ist traurig, aber wahr. Okay. Jetzt unsere Tanzers Lok. Wo bist denn du genau? Vor dem Depot. Okay. Ne. Blödsinn. Äh. Nein. Nein. Nicht bauen. Nein. Nein. Doch vor dem Depot. Das passt. Ich muss hier mal zumachen. Dann kannst du da rein. Und dann kaufen wir uns die doch schon mal. Züge kaufen. Passagier. Wagen. Genau. Jetzt. Da machen wir gar keine grossen Manöver. Da gibt es vielleicht nicht gerade von der Gotthardbahn. Schnellzugwagen SBB. Machen wir ganz einfach. Und der KMH. Das passt. Kaufen. Kaufen. Zwei Stück. Und dann hängen wir die an den schönen Autozug ran. Jetzt weiss ich natürlich nicht. Ist das vorn? Ist das hinten? Ich glaube das spielt absolut keine Rolle. Der Zug hält ja am Bahnhof. Die stellen ihre Autos rauf. Ne. Eine Autoverladerampe haben wir natürlich auch noch. Jetzt ist nur die Frage. Wird so der Zug nicht dann langsam zu lang? Ich mag ja lange Züge. Das ist nicht das Problem. Die müssen nur auf die Linie passen. Also. Aber das mit der Autoverladerampe. Das werden wir uns auch mal noch ansehen. Würde ich meinen. So. Wenn wir schon Auto. Einen Autozug haben. Achso. Da war ich schon. Im Fahrmodus. Du kannst nicht raus. Okay. Ah. Jetzt habe ich gerade das Gleis abgerissen. Stellen wir es nochmal kurz hin. Das war wieder Sisyphus. So. Kommst du? Jetzt kommt er. Gut. Könnte man eigentlich eh stehen lassen. Da muss ich aber halt ein Signal hin machen. Das reicht zwar. Von der Länge her würde das reichen. Wo haben wir denn das andere Signal von der Seite? Eh gerade hier. Doch. Da kann man ein Signal machen. Jetzt nehme ich mal frech wieder dieses Blocksignal. Muss warten bis der Auto zu weg ist. Wir wollen eh mal schnell gucken. Nett. Sehr nett. Das möchte ich mir gleich mal. Nochmal kurz ansehen. Wenn wir die schon ändern. Wollen wir die natürlich. Oh. Da kreuzen sie. Genau auf dem Bahnübergang. Da. Das ist doch mal ein Bild. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Jetzt weniger schön. Ähm. In Venusberg. Da haben wir tatsächlich immer noch Stau. Das ist hier hinten. Da habe ich selber gesehen. Ja. Guck mal. Man sieht es von Weitem. Die. Hier auf der Brücke. Da stauen sich die ganzen Busse. Eben der Privatverkehr. Och. Der Privatverkehr wäre mir ja eigentlich noch relativ egal. Aber das behindert hier natürlich Strassenbahn und und und. Und wir haben hier zusätzlich noch die alten Busse. Sieht man hier. Die werden wir mal ersetzen. Das machen wir jetzt aber mal ganz frech mit Fahrzeugersatz. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Dann nehmen wir ein paar modernere Busse. Also ein paar nicht. Sondern die sind jetzt halt hier einheitlich in Venusberg. In dem Fall. Wenn wir hier den Linienersatz machen. Duvedek. 25 Passagiere. Wir nehmen mal. Wir nehmen den mal. Okay. Äh. Ersetzen. Die werden wahrscheinlich relativ schnell ersetzt. Wie werden denn die Busse ersetzt? Die Züge werden ja ersetzt, wenn sie im Bahnhof sind. Werden die ersetzt einfach an der Bushaltestelle. Wir werden es gleich mal sehen. Die müssten hier aber auch erst wegkommen. Moment. Machen wir zu. Äh. Das können wir relativ kurzzeitig beheben. In dem. Ja. Hier haben wir natürlich zwei Bahnübergänge gleich nacheinander. Das kann nur zu Stau führen. Das ist ganz klar. Und jetzt sind wir wieder beim alten Thema. Entlastungsstrassen bauen. Das bringt nichts. Die suchen sie immer den schnellsten Weg. Ne. Den kürzesten eben. Nicht den schnellsten. Und wenn das der kürzeste Weg ist. Dann fahren sie halt hier lang. Beziehungsweise. Nein. Sie stehen lieber im Stau. Wir machen jetzt hier trotzdem mal noch das Strässchen hin. Auch damit sie hier die Stadt noch ein bisschen ausbauen können. Vielleicht bringen wir mit dem Strassenbau noch ein bisschen Bewegung rein. Machen wir mal so. Okay. Ja. Da ist die Schranke unten und schon. Leute. Wir kriegen den Stau so nicht weg. Das geht nicht. Äh. Ich kann nichts machen. Da müsste ich tatsächlich die Bahnübergänge abreisen. Und das hatten wir schon mal. In der ersten Staffel. Haar genau. Oh. Guck mal. Das ist ja Big Boy. Sehr nett. Schon lange nicht mehr gesehen. Da darf man auch mal schnell gucken. Guck mal hinten links. Fahren sie plötzlich. Warum fahrt ihr denn plötzlich? Könnt ihr plötzlich fahren? Oder ist das einfach die eine Strasse? Das scheint mir die eine Strasse zu sein. Was ich hier mal machen kann. Was nicht massiv viel bringt. Aber doch immerhin etwas. Ist natürlich. Wir machen mal. Eine Busspur hier hin. Wir updaten das Ganze. So gut wie das geht. Ähm. Mit Busspur. Das geht hier natürlich nicht. Hier geht es. Kriegen wir das nicht breiter auch noch hin? Doch. So. Und schon ist hier nämlich der Stau weg. Und da haben wir tatsächlich schon die neuen Busse. Guck mal. Hier geht es nicht. Hier hinten würde es wieder gehen. Da brauchen wir es nicht. Wie sieht es hier aus? Hier können wir eigentlich auch. Doch. Machen wir. Sieht ein bisschen merkwürdiger. aus. Muss ich sagen. Wenn das so verschiedene. Verschiedene Strassen sind. Hier vierspurig. Hier wird es wieder nullspurig. Mh. Mh. Ich stufe das mal zurück hier. Das muss auch gehen. Wenn wir hier wieder Stau haben. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Dann werden wir hier doch nochmal entsprechend ausbauen. Aber jetzt haben wir es hier. Hier haben wir es eh vierspurig. Jetzt haben wir den Stau halt künstlich beseitigt. Indem wir einfach die Strassen. Äh. Geupdatet haben. Hier ist da auch noch ein Parkplatz. Genau. Der gefällt mir optisch fast besser. Der ist ein bisschen ebener. Da habe ich zwar auch noch keine. Oh. Jetzt muss ich gucken. Dass ich hier nicht noch alles update. Nochmal. Da habe ich auch noch keine Strasse verwendet. Aber. Kein Drama. Sieht gar nicht schlecht aus. Gut. Jetzt. Habe ich irgendwas vergessen. Doppelstockzug. Autozug. Zwei Personen. Haben wir. Venusberg. Stau. Haben wir auch. Ähm. Mh. Mh. Ja. Dann hätten wir es. Dann gehen wir zurück. Nach Friedenweiler. Denn hier haben wir gesagt. Brauchen wir Güter. Ich weiss. Eigentlich wollten wir Personenzüge machen. Wir machen jetzt aber auch diese Folge. Und wahrscheinlich einen kleinen Teil der nächsten. Noch mit der Güterversorgung. Für Friedenweiler. Denn wenn wir hier. Tatsächlich. Ein Weisswasser 2.0 draus machen wollen. Hm. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wie der Stadt auch zu Gütern zu verhelfen. Und das machen wir folgendermassen. Indem das hier. Einen grossen. Grossen. Güterbahnhof gibt. Jetzt muss erstmal der Zug hier raus. Also nicht zwingend. Aber schadet nicht. Wenn er weg ist. Der sieht so schon viel besser aus. Stimmt. Mit dieser SBB-Log. So. Jetzt hätten wir hier eigentlich. Platz. Wie machen wir das? Wir nehmen. Wir gucken mal. Also. Bahnhof. Güterbahnhof. Wir hätten hier Kohle. Was befördern wir denn? Ich habe es glaube ich noch gar nicht richtig erklärt gehabt. Wir hätten hier sogar Kohle. Aber eigentlich war die Idee Öl. Und zwar. Hier Öl holen. Nach hier hinten bringen. Und mit dem Zug. Hier runter rasseln. Hier in den Bahnhof rein. Und damit das halt wirklich auch ein bisschen. Ja weisswasserig aussieht. Hätte ich das eben gerne hier mit einem möglichst grossen Bahnhof. Wir können hier ja auch wieder einen Güterumschlag Platz machen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Guck mal. Man sieht schon. Da wird aufgeschüttet. Das gibt ein riesen riesen Gefälle. Das möchte ich so nicht. Also werden wir hier erstmal plätten. Mit einem anderen Bahnhof. Das möchte ich aber dann doch mit einem günstigeren machen. Kostet aber auch gleich eine Million. Heiliges bisschen. Haben wir denn keine günstigeren? 1,3 für Millionen. Okay. Hier irgendwas was weniger kostet. Ich möchte ja nicht Geizhals spielen. Aber die kosten alle gleich eine Million. Weil sie hier dermassen viel Erde abtragen müssen. Ja dann müssen wir. Gut wir haben 540 Millionen. Da können wir auch ein bisschen. Das geht schon. Ich muss jetzt nur um das zu plätten. Die Ebene von dem Bahnhof haben. Das wird gar nicht so einfach. Wo komme ich denn mit der Strasse? Ungefähr zu dieser Ebene. Hm. Der ist ja in der Höhe. Eigentlich müssten wir das hier als Ebene haben. Ungefähr. Moment. Mal gucken ob das klappt. So. Ist natürlich teuer so. Wenn man jedes Mal abreissen muss. Das kostet ein ganzes Stängchen Geld. Sagt man Stängchen? Keine Ahnung. Eine Stange Geld halt. Hm. Ja nochmal. Wir haben zum Glück genug Geld. Jetzt müssen wir aber gucken. Wegen der Strasse. Das ist immer die Strasse ist der Ursprung. Beziehungsweise die Strasse bestimmt. Welche Ebene genommen wird. In welche Ebene transferiert wird sozusagen. Vielleicht ein bisschen weiter nach vorn noch. Ne. Dann sieht man genau. Dann sind wir bei der Strasse zu weit oben. Wir müssen das Step by Step möglichst nah ran. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das wäre halbwegs in der richtigen Höhe. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen rüber. Oder macht das? Ja das würde eigentlich der Güterbahnhof automatisch machen. Wenn die Strasse am richtigen Ort ist. Wir schauen mal. Güterbahnhof. Ich würde dann doch hier zu diesen Kohledingern neigen. Wie sieht das aus mit der Länge? Das würde passen. Der möchte hier immer noch so massiv aufschütten. Haben wir hier immer noch so ein Gefälle? Oder ne. Das ist wegen der Strasse da hinten. Wir müssen das auch noch kurz einebnen. Okay wir ebnen. Wir ebnen. Wir ebnen. Und zwar mit dem hier. Und mit jenem welchen. Nämlich mit dem hier. Dazu drehen wir den ganzen Spass. Damit die Strasse eben wieder am richtigen Ort ist. So. Und wieder weg damit. Ist ja eigentlich ein Trauerspiel. Dass man das hier mit Bahnhöfen machen muss. Ist ja schade um die Bahnhöfe. Wenn man die die ganze Zeit wieder abreissen muss. Aber ja. So ist es eben. So ist das Leben. So. Nochmal gucken. Müssen eh drehen nochmal. Den ganzen Spass. Das stimmt irgendwie die Höhe nicht. Immer noch nicht. Wegen der Strasse. Wegen der Strasse wahrscheinlich. Okay wir müssen tatsächlich noch weiter raus. Ja das ist ein bisschen im Gebastel. Das ist halt so. Wir können es nicht ändern. So. Nochmal drehen. Dann brauchen wir die Strasse hier als Anhaltspunkt. Da sieht man schon der Aufschüttung an. Dass das hier eben doch. nicht wirklich gerade war. Reicht das jetzt für den Bahnhof? Jetzt gucken wir nochmal. Wäre schön. Kohle. Five Lanes. Wieder drehen. Jetzt müsste die Strasse eigentlich so sein. Dass wir hier ebenerdig sind. Ja guck mal. Jetzt haben wir keine Aufschüttung mehr. Jetzt müssen wir den nur relativ schön hier hinbringen. Passt der hier her? Das ist dann die Frage. Wie wäre es denn? Wie sieht der aus? Das ist unser Container Bahnhof. Der ist halt. Der ist weniger schmutzig. Der ist moderner. Den haben wir aber schon. Das ist jetzt wirklich die Frage. Was möchte ein Städtchen wie Weisswasser haben? Also wenn es dann halt eben so ein bisschen in die Richtung gehen soll. Es ist dann schon eher dieser Bahnhof denke ich. Weil er halt. Ja. Ich muss sagen. Er ist halt sauberer. Kohle ist halt schmutzig. Das wirkt dann. Ich mache nochmal den Kohle hin. Zum Vergleich. Ach. Nimmt sich eigentlich nichts. Aber. Es tut mir leid. Ich möchte trotzdem. Gehen hier. Er gefällt mir einfach auch besser. Wir können den Kohlebahnhof natürlich eh mal noch nehmen. Sobald wir irgendwas mit Kohle machen. Jetzt muss ich gucken. Dass ich das hier irgendwie halbwegs. Möglichst parallel hier hin bringe. Nicht auf den Millimeter genau. So ganz geht es eh nicht. Wir haben da ein bisschen Wiese dazwischen. Das ist aber kein Drama. Oh und es ist ein gefrickel, gebastelt. So. Ja das ist okay. Ein bisschen erhöht ist das Gleis noch. Das finde ich gar nicht schlecht. Dass der Personenverkehr eben doch noch ein bisschen darüber liegt. Gut. Cool. Strasse fehlt. Machen wir eine Strasse. Hier hätten wir doch eine. Wenn wir hier eine durchziehen. Vielleicht mit einer süssen kleinen Brücke. Hier über dieses Depot rüber. Das wäre doch auch noch eine Idee. Äh. Ne wisst ihr was? Wir nehmen Stadtstrasse. Da ich immer noch nicht ganz sicher bin. Ob sie auch an Überlandstrassen bauen. Ich möchte, dass sie hier bauen. Kommen wir hier vielleicht noch mit einem Gleis raus aus dem Bahnhof? Wahrscheinlich ja. Das ist irgendwie nicht eine süße kleine Brücke. Das ist wieder ein Riesendien. Hm. Ne. Machen wir doch nicht. Ich weiss auch nicht, ob dieses. Ah hier haben wir eh noch Öl. Ich weiss auch nicht, ob dieses Depot hier allzu zukunftsträchtig ist. Wisst ihr was? Lasst uns das wegnehmen. Das ist völlig im Weg hier. Wenn wir da mit der Bahn noch raus wollen. Wir haben das ja nur gebraucht. Damit wir da unsere Züge bearbeiten können. So, ob wir da ein Gleis hin. Strom haben wir. Strom haben wir. Perfekt. Dann können wir jetzt das Straschen bauen. Ich bleibe aber dabei. Ich möchte innerorts. Eine Innerortsstrasse haben. Hier haben wir überall Gleis. Wir müssen die Strasse tatsächlich hier irgendwie. Ungefähr auf die Höhe bringen. Nicht irgendwie so krumm und schief. Sondern eher so. Ich denke das kommt sowieso früher oder später alles nochmal. Sozusagen unter die Räder. Wir machen es von der anderen Seite her. Denn. Ja. Das ist natürlich noch nicht. Final. Sozusagen. Das ist gar nicht schlecht. Das gefällt mir. Das ist ziemlich gerade. Aber wir brauchen hier natürlich keine Buschspur. Haben wir jetzt bei der anderen Strasse auch eine Buschspur? Wahrscheinlich ja. Okay. Hier wird es in den Tunnel reingehen. Das könnte natürlich noch sein. Ne. Terre-Angleichung nicht möglich. Ich wollte gerade sagen. Es macht hier doch eine schöne. So geht es in den Tunnel. Geht aber auch nicht. Aha. Da ist wahrscheinlich der Bahnhof im Weg. Würde ich mal meinen. Schade. Wie machen wir das denn? Dann machen wir das anders. Wir könnten hier das Terrain. Abtragen. Jetzt geht es gar nicht mehr. Moment. So. Hier. Hm. Geht auch nicht. Mit der künstlichen Grube. Das ist natürlich sowieso für den Bahnhof. Wobei doch. Es ist eigentlich relativ cool. Hier müssen wir das Ganze noch wegnehmen. Die Erde. Wegschaufeln. Damit wir mit den Zügen rauskommen. Das ist dann schon so. Aber hier könnte man es eigentlich lassen. Das ist genau beim Ende des Bahnhofs. Also wo keine Gleise sind. Da meine ich. Wie kommen wir denn jetzt hier am besten raus? Da ist überall der Bahnhof im Weg. Es ist ja ein Kreuz. Anders können wir es nicht machen. Hm. So. Jetzt sind wir ja viel weiter. Ich nehme an, der Bahnhof ist im Weg. Was soll sonst im Weg sein? Es wird hier in dem Sinn aber kein Konflikt angezeigt. Also nicht beim Bahnhof. Okay, das ist keine Alternative. Das ist nicht möglich. Das ist schlecht. Dann müssen wir es anders machen. Dann gehen wir hier gerade raus. Das ist in dem Sinn nicht gerade. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Geht das nicht gerade? Das muss doch gerade gehen. Hier geht es nicht gerade. Geht es hier gerade? Na. Mein liebes Tränenfieber. Nun machen wir hier eine gerade Strasse hin. Da haben wir auch ein Problem mit der Steigung. Hm. Wenn wir hier so rausgehen und eine Doppelstrasse machen. Und dann gibt das hier sozusagen nur einen Zubringer. Ja. Nochmal anders machen. Man sieht schon, man kann sich hier verweilen. Das ist kein Ding. So, hier eine Doppelstrasse. Okay. Da können wir hier natürlich auch noch Fahrzeuge dann hinsetzen. Zum Beispiel, dass das so wie eine Art Parkplatz ist. Meine Hoffnung ist, dass wir hier eben in den Tunnel reinkommen. Täre Angleichung nicht möglich. Sag mal, du musst doch hier einen Tunnel hinkriegen. Du bist doch eine Strasse. Du möchtest nicht? Auch hier nicht? Was ist denn hier im Weg? Das ist ein bisschen rätselhaft. Na, wir werden es lösen. Kommen wir hier rein? Nein. Das geht nicht. Doch, das geht. Okay, machen wir mal. Aha. Die paar Meter würde es uns noch gönnen. Okay. Und dann? Okay, dann geht es auch. Ja. Step by Step bauen, Heisenberg. Das ist ja was ganz Neues bei Tränenfieber. Okay. Möglichst in irgendeiner Form. Irgendwie möglichst gerade. Warte. Oder mit dem Gleis entlang? Ne. Den Gleis entlang nicht. Wir machen es mal so. Und ziehen es nachher vor. Eben. Das ist meiner Meinung nach sowieso erstmal, dass das irgendwie funktioniert. so ganz zu Ende ist das noch nicht. Wir gehen hier aber noch weiter rauf. Denn das Problem ist, hier kommen überall noch Schienen hin. Hier machen wir ja dann noch ein Depot hin. Und, und, und. Irgendein Gleisvorfeld ist hier noch geplant. Und wir können den Güterbahnhof natürlich noch massiv ausbauen dann später. Gut. Wollen wir hier auch noch eine Strasse? Wir könnten hier natürlich auch noch mit einer Strasse raus. So. Der soll richtig cool werden, der Bahnhof. Ich hoffe, ich komme hier runter. Doch, das klappt bestens. Das ist ein bisschen krumm. Auch okay. Wie gesagt, sie können hier eigentlich theoretisch noch bauen. Die Frage ist, ob sie es machen. Aber wir haben natürlich so viele Mods hier noch, die wir benutzen können. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt hatte ich eine Idee. Wo haben wir die denn? Hier unten wahrscheinlich. Wo war denn, ja, Güterlok, Schuppen und Co. Oder hier, Blockstellwerk. Wobei das gehört eher Richtung Gleis. Fällt mir da gerade auf. Aber hier, Verwaltungsgebäude. Können wir alle hinsetzen hier. Werden wir auch machen. Oh, müssen die auch ans Gleis? Äh. Tatsächlich. Okay, dann müssen wir hier halt ein Gleis legen. Dann können wir das auch raufsetzen. Aber wir haben ja hier die Assets noch. Lass mich hier schnell reingucken. Oh. Das ist doch zum Beispiel Stationsnamen, Linien und Uhr. Hier zum Beispiel. Ah, wir können endlos aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja schon ganz herrlich. Ich suche aber was ganz Bestimmtes. Hier die Fahrzeuge. Die dachte ich eben, zum Beispiel hier. Für diese Strasse. Lastwagen haben wir hier leider keine. Das wäre natürlich auch noch schön. Ja, die Wünsche nehmen kein Ende. War das hier unten? Da, die habe ich gemeint. Die DB Schenker Lagerhalle. Die haben wir auch schon mal. Aber die passt natürlich auch hier nochmal hin. Wenn wir sie hier vernünftig hinkriegen. Ich mache jetzt die noch. Und dann bitten wir uns noch ganz kurz. Was der genauen Analyse, was wir machen wollen. So. Wie sieht das aus? Durchaus nett und durchaus geschäftig. Ich kann es ja mal laufen lassen. Dann eben genau. Die Container bewegen sich dann eben schon. Ja, das ist doch dafür, dass hier noch keine Züge fahren. Finde ich, sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Das könnte was werden. Hier mit Weisswasser 2.0. Da hinten kommt noch ein Zug. So, jetzt möchte ich das nochmal ganz schnell erklären. Hier raus. Hier zischen wir vorbei. Gehen hier zum Höl. Zum Höl. Was für ein Höl denn? Öl. Öl. Treibstoff. Hier, das hier. Gehen nachher hinten. Da wandeln wir das Ganze sozusagen in Güter um. Und bringen es dann hier runter nach Friedenweiler. Heringsdorf können wir dann auch gleich noch mit anschliessen. Zumindest gütertechnisch. Die sind noch nicht mal angebunden. Das ist eben auch etwas. Leute, wir müssen erstmal alle Städte hier noch ans Netz kriegen. Und bevor wir so Sachen machen, wie eben diese kleinen Sachen, wie da Schilder vor, die Bahnübergänge und so weiter. Das werde ich eh machen. Das ist eh cool. Und eben auch, bevor wir zu den Schnellzügen und Co. kommen. Gut. Ja. Ich würde mal sagen, Tagwerk vollbracht sozusagen. Hier hinten ist der Zug. Den möchte ich noch schnell haben. Denn, ihr ahnt es, wenn ich einen Zug suche, ist es meistens Feierabend. Aber nur für heute. Wir kommen wieder. Keine Frage. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.